Rote, ich dachte immer, das Tomaseo gefällt dir nicht, aber das hängt wohl von deiner Begleitung an. Stellst du mich nicht vor? Ja, Dr. Givaravno, Staatsanwältin in Pola, Rosanna Talamonti, sie ist verantwortlich für den Lokalteil in Piccolo. Und beste Freundin seiner Frau, freut mich. Ebenso. Hast du was von deiner Frau gehört? Kommt sie zu dir zur Glück? Du sollst ja das tun, du weißt ja genau, wo sie ist. Ach, da sind wir empfindlich heute, ne? Wir können ja morgen mal einen Kaffee zusammen trinken, mein Lieber. Ciao. Schönen Abend. Schönen Abend.